Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Verloren und Gefoltert anzunehmen bei König Faoris in Uldum. An dieser Position ist eine wiederholbare Quest, die verfügbar sein kann, wenn ein Angriff von Enzot auf Uldum stattfindet. In diesem Bereich, dann kann diese Quest verfügbar sein. Ich habe diese Quest mal lang genommen. Nun darf ich sechs Bürger von Ramkahan befreien. Dazu muss ich mich in dieses Questgebiet begeben. Ich fliege gleich mal los. Während des Fluges der Hinweis, dass ich eine Facebook-Seite habe. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich das Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht oder womit ich schon fertig bin. Außerdem ist es eine Möglichkeit für euch Kommentare zu hinterlassen, falls ihr kein YouTube-Account habt. Dürft die Seiten auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient dazu, euch zu informieren. Bin auch schon gleich im Questgebiet angekommen. Und mal schauen, wo diese Bürger sind. Hallo, Bürger. Bürger. Entweder war ein Spieler gerade vor mir hier. Oder ich habe ein Disconnect. Oder... Ah, hier sind Bürger. Hä? Wieso kann ich nicht da hinfliegen? So. Natürlich auch Gegner. Zum Glück muss man nur sechs befeiern. Ach, Looten bringt mir ja nichts. Ich bin hier auf dem Patch-Server. Ah, da ist ein Bürger nachgespawnt. Jetzt sind auch Gegner nachgespawnt anscheinend. Ich gebe die Map, wo ich gerade bin. Mob töten. Ich wollte ja nicht looten. Wieder vergessen. So. Ich habe jetzt vier von sechs. Und mal schauen, wo noch welche sind. Bürger. Oh, der wird... Ah, der Elite geht weg. Ah, ich schätze mal, bis ich die Mops da weggehauen habe, ist der Elite schon angekommen. Okay, dann befeiere ich diesen hier. So. Und dann befeiere ich noch diesen hier. Kampf dauert nicht so lang. Die Mops halten nicht viel aus. Und wenn ich nicht so dwingend Videos machen müsste, weil es ist kurz vor dem Patch, hätte ich dem Spieler auch geholfen. Aber ich habe noch einiges aufzunehmen. So. West ist bereit zur Abgabe. Nun fliege ich zurück nach Ramgachem und melde mich, sobald ich dort bin. Bis gleich. Da bin ich auch schon in Ramgachem angekommen. Hier hinein. West ist abzugeben bei König Faoris in Uldum an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch dafür auch hier so einen Abonnier-Knopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. It's okay. Ende. Bis dahin.